Musik Ich kann halt jetzt so nicht mehr nachvollziehen, welcher Zweck das war. Wenn es wirklich einer war mit guten Berufen, hat wieder Arschkarte gezogen. Aber naja. Schauen wir uns mal hier nochmal um. Da sind sie immer noch drin. Oh je. Okay. Ach, da können wir dann Heil-Elixiere machen. Okay. Den Steinofen packen wir uns mal. Das geht nicht. Wenn ich die Lambe da weg mache. Okay. Okay. So. Jetzt geht's. Der braucht mehr Mehl. Dazu brauchen wir Getreide. Okay. Dann lassen wir mal das ganze Getreide abernten. Also den Weizen machen dann das Getreide draus komplett. Pflanzen neu an und den Rest machen wir zum Mehl. Woran ist das jetzt gestorben? Okay. So. 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 ibelon und wieder ein neuer Zwerg. Das ist ein Bogenschützer, gut, er kriegt dann mal den Bogen, eine Eisenachs, Eisenspitzhacke, Eisenspitzhacke, so eine Rüstung, die Stiefel, einen Rucksack. Der hat auch noch keinen Rucksack, Stiefel, Stiefel, den Helm, hat es uns noch einen Helm gebraucht, nein, eins, zwei, aber zweimal Schuhe noch. Jetzt habe ich wieder keine Seile und keine Wulle. Ah, da kommt aber gleich Wulle. So, jetzt wollen wir das da machen. So, und den Rest machen wir zum Mehl. So, jetzt gehen wir das. So, jetzt werden wir das da machen. So, jetzt werden wir das da machen. So, jetzt gehen wir das da machen. Ach, jetzt habe ich Getreide wohl ausgegeben, weil ich wieder nicht habe. Jetzt reicht es hierfür nicht mehr. Mensch, ey. Ein Apfelkuchen ist schon leer. So, mach mal das doch mal wieder voll. So, das da, das da. Spiegeleier. Und das da. So, wie sieht es mit Waffen aus? Stahlschwerde. So, jetzt habe ich keinen Stahl mehr. Können wir aber fertigen. Ja, machen wir jetzt 20 Bangen. So. So, da brauchen wir noch einen Bogen. Zwei Bögen. Können wir die fertigen? Nein, können wir nicht. So, das kann man auch nicht. Aber... Aber... Ein paar Stiefel. Können wir auch direkt ausrüsten. So. Der hat noch so eine Rüstung. Naja. Ach, die machen jetzt da hinten weiter. Ich habe schon direkt eine Öffnung. Oh je, oh je, oh je. Warum soll ich das nicht zubauen? Also, das geht. Es geht voran. So, noch ein paar Fackeln. Ich habe schon wieder kein Portal. So, noch ein paar. 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 Jetzt reicht die in der Sandwiederrunde. So. So, schlafen. Und dann killen wir den Boss. So, noch zwei von diesen fliegenden Viechern dabei. Ja gut, ich würde auf jeden Fall nochmal Schwerer produzieren. Dürfte jetzt eigentlich gehen. Der Bogen ist auch fertig. Okay. So, der arbeitet schon nichts mehr. Mehl müssten wir jetzt auch schon ein bisschen haben. Brötchen wäre vielleicht auch mal nice. Ich will aber Apfelkuchen. Lecker Apfelkuchen. So, 36 Apfelkuchen. So. Es gibt einen Festschmaus. So. Jetzt rüsten wir mal kurz aus. Ah. Dann mache ich später noch. An vier Stellen machen die jetzt Apfelkuchen. So, auch nicht schlecht. So. Drei Schwerte habe ich. Na gut. Du bist ein Bogenschütze. Jetzt rückst du mal den hier. Was haben wir da? Einen Weihnachtsmannmantel. Wo kommt denn der jetzt eigentlich her? Na gut. Stahlkeule. Okay. Stahlkeule. Schwerd. Er hat nur einen Holzbogen. So. Der hat auch noch keine Stiefel. Kann man mittlerweile Stiefel produzieren? Nein, können wir nicht. Keine Wolle. Okay. Aber ein neues Schwert können wir machen. So. Sieben sind noch in Produktion. Das heißt, noch zwei Schwerder dürften dann machbar sein. ... ... ... ... ... Ne, wo willst du hin? Dann kommen auch mal die gerade um. Die stören mich. Dürften ja auch wieder bald Zombies kommen normalerweise. Die stören mich. Was machst denn du da jetzt? Ja, verschieß mir die ganzen Pfeile. Jawohl. Noch einen. Noch einen.